Gibt Einwurf. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Jetzt schießt er. Zählter, ja, drin, vor. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Und dann nimmt er die Defensive immer allein. Die sehen alle nicht gut aus. Aber vielleicht liegt das auch daran, wie er sich dann durchtankt. Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft.